Du sollst dich impfen lassen. Klar, ein solches Gebot, das steht nicht unter den zehn Geboten. Dennoch sollte in meinen Augen eine Impfung gegen den Coronavirus eine gute Christenpflicht sein. Warum? Als Christ, da soll ich meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Fangen wir also mit der nötigen Selbstliebe an. Die Impfstoffe, die jetzt bei uns zugelassen werden, die verhindern vielleicht nicht, dass ich das tödliche Virus weiter verbreite. Aber sie schützen mein Leben. Daher ist es auch gut, dass zuerst die Menschen geimpft werden, deren Leben ganz besonders gefährdet ist. Ich kenne natürlich auch diese Bedenkenträger, die jetzt unken, das Impfen und die Impfstoffe, das sei doch alles noch gar nicht sicher. Ich, ich vertraue da eher den über 800 Wissenschaftlern und Medizinern, die für die Europäische Union die Impfstoffe sorgfältig prüfen und dann zulassen. Wer oft über die Langsamkeit der EU und der Bürokraten in Brüssel lästert, der darf hier ruhig mal den Daumen nach oben heben. Es ist doch wunderbar, dass die EU auch Tempo kann, gerade dann, wenn es um Leben und Tod geht. Womit wir bei der Nächstenliebe sind. Wenn ich mich impfen lasse, leiste ich meinen Beitrag, dass das lebensgefährliche Virus gestoppt werden kann. Wo immer sich möglichst viele Menschen impfen lassen, da wird auf Dauer die Zahl der Toten sinken. Wird das Virus irgendwann aussterben. Du sollst dich nicht impfen lassen. Das kann für einen Christen also eigentlich keine Alternative sein. Das Gegenteil aber, das ist richtig. Christen dürfen beim Impfen gerne mit gutem Beispiel vorangehen. Lass dich freiwillig impfen. Rette dein Leben und das der anderen. Ingo Brüggen-Gürgen für DOMRADIO.DE RETURN